Was ist das Beste, was ich jemals gegessen habe? Das ist gar nicht so einfach, aber ich sag's euch. Seit ich Essen aus allen Ländern probiere, habe ich wirklich viele Restaurants besucht und so viele leckere Gerichte gegessen. Und zu sagen, was das Beste ist, ist eigentlich unmöglich, weil alle so unterschiedlich sind. Aber es gibt ein Gericht, das ich niemals vergessen werde. Und zwar aus China, nämlich die Peking-Ente. Die muss man mal probiert haben. Sie wird über mehrere Stunden vorbereitet und nachdem sie im Ofen war, wird die Haut getrennt und man wickelt alles mit Gemüse und Kräutern in kleinem Pfannkuchen. Und am meisten liebe ich dran, dass man sie nicht allein, sondern mit Freunden oder Familie ist. Aber ich bin noch nicht durch. Was sollte ich unbedingt mal probieren?